ein wunderschönen guten morgen mittag oder bla 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 was geht herzlich willkommen ich hoffe ich geht sein gut release the kraken teil 2 ja haben wir schon mal im stream gespielt und da hat mir das dort sehr gut gefallen weil er auch gut gegönnt hat auf einem euro ich hoffe der könnt heute wieder ich bin ja momentan wieder wie ihr mitbekommen auf bonus bei es dort aus und da machen wir heute weiter es gibt die kobe zwei features wurde mir gesagt es gibt zwei features und vip bundes sollte ich mal probieren der kostet natürlich auch ich würde sagen erst mal auf 40 cent kostet der auch 100 euro dann soll so sein auch noch diese fünf stück aber nach sich okay wir hatten okay wir hatten in den freispiel ist es wieder ein 44 skater symbole und da hat er gut gegönnt ja und nämlich direkt die kisten zwölf spiel und die mal vier ok also 100 euro muss jetzt kommen wir wollen als erstes was jetzt hier in den ersten zwei spins nicht erschienen ist die karten da ist die erste karte am besten ist auch eine goldene karte mal aber das wird ein dickes minus das hier wird ein ganz dickes minus warum hat mir ich bin ich nicht alles gut wie viel gehen warum wollte mir wie ein pfohlen ohne zwei spins nur zwei spins sie wird ein minus zwei spins gute wilde gute symbole macht er nicht, macht er nicht ja der ist gut der ist gut hab gedacht 28 Euro minus ja ok ok hat er sich nochmal ein bisschen gerettet 28 Euro können wir verkaufen ich werde auf 80 Cent die normalen Freuspiele kaufen auf 80 Cent Bonus mich hol einfach direkt so sind wir auch am besten gefahren 15 Freespins mit 4 Ramulti, das ist gut das ist gut so jetzt ziehe ich ein paar Kraken rein direkt wieder in Deadspin Müll da bringen wir auch keine 15 Spins fast das kann nicht sein ja ah ja alles klar warum kommen die Kraken immer so spät warum kommen die Kraken wieder so spät Müll ja goldene Krake ist da mal 5 der Multi ist bei mal 5 55 Euro ok gut das zehntel Fichtel der ist der zehntel Fichtel der Kugel Fichtel äh premium symbol wir waren ja nur kleine Geld ganz wenig Wilds ganz wenig Wilds reicht aber trotzdem auf jeden Fall für ein Plus auf jeden Fall für ein Plus 15 Euro ja letztes ne da haben wir nur einen ok warum war der eine 55 Euro ganz wenige Wilds ganz wenige Wilds aber 200x schmecken holen wir mit ähm ja ich würde sagen nochmal auf 80 Cent 80 Cent ihr wisst mein Lieblings-Einsatz da hat sich auch nichts dran verändert so jetzt holen wir mal neue 4 Picks oh Müll Kagefuß bin nochmal neu das hier ist ein bisschen wie Deal or No Deal kennt ihr das mit den Koffern hier müssen wir die kleinen Beträge raushauen ändert nix dran oh jetzt gehen die guten weg oh nein wir haben jetzt noch 5 Spins mit mal 1 also wenn wir den rausbekommen dann heulich oh man ja ok der kleine ist schon mal weg der große aber auch 8 Free Spins aber mit 6 Amorti fangen wir an wenn jetzt schnelle Kraken kommen wir haben eben gesehen wir hatten eben 15 Spins und die ersten 5-6 Spins die waren absolute Dead Spins Mager Quark Spins ok die X2 Kraken sogar eine goldene direkt jetzt einfach noch 2-3 Kraken und dann wieder eine gute Linie dann wieder eine gute Connection ja wohin schwimmt der Kollege wo sind die Kraken sind die ausgestorben das ist bei Kraken das ist ja wirklich ein Trauerspiel das ist ja wirklich ein Trauerspiel letzter Spin komm schon ganz da hinten ja ja Pies mit was ist das ja ok ok immerhin noch immerhin noch 0 auf 0 gerettet noch mal noch mal noch mal noch mal noch mal wir holen direkt noch mal das mit dem aussuchen 5 Amelnat Zigzagger 5 Free Spins mit 1 Multi das wird der erste Bonus bei mit Whip da können jetzt noch 20 Karten kommen das wird nix ok die ersten das tut weh ja das tut weh ähm ok wir suchen wieder selbst aus wieso wieder selbst aus ich mach mal was kleines weg aua 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 als größtes weg wir picken hier nur große Symbole wir picken hier nur große Symbole ach was ja weiter die kleinen weg weiter na das hier wird das beste was uns jetzt passieren kann ja ist jetzt raus 10 Free Spins 2 2 na gut wenn jetzt viele Karten kommen was wieder nicht der Fall ist dann könnte es noch irgendwie gut werden ey erste Bonus bei gut zweiter Bonus bei auch noch gut du was was ist das jetzt Alter ist das Botenlos ist das Botenlos wieder 60 Euro aus dem Fenster geschmissen boah das was ist das denn jetzt ähm ich würde sagen wir kaufen den VIP Bonus ne wir kaufen jetzt nochmal den den normalen Bonus auf 60 Cent das tut schon weh das tut jetzt schon weh das tut jetzt schon weh hier holen wir direkt wieder C mit mal 2 hatten wir doch gerade oh im ersten Spin meine Krakke das ist auch eine Seltenheit Multi bei mal 3 jetzt noch mach doch so weiter mit dem Krak was macht der denn nix komm mehr Krak mehr Krak mehr Krak komm nach vorne irgendwas ja ne ist ok wir Krak'n jetzt und wir haben noch wie viele Spins haben wir noch ein paar auf jeden Fall wir haben nur noch ein Spin denn dann schon wieder wir hätten noch ein paar mehr wird auf jeden Fall ein Plus aber halt ein ganz kleines Plus ein ganz kleines und zwar 2,04 jawoll oh man das gibt es doch nicht komm VIP Karten komm mal zum Schluss 100 Euro wie wir am Anfang hatten wie wir am Anfang hatten wie wir am Anfang hatten 20 Spins mit mal 6 Multi da muss jetzt was passieren bitte bitte jetzt nicht wieder 10 Dead Spins nur weil ich 20 Spins habe er macht es er macht es schon wieder wo sind die Krak'n ok erste Krak'n ist da sogar Gold Krak'n 10 Spins 10 Spins bei Krak'n bis jetzt ist nicht gut absolut gar nicht gut 100 Euro haben wir bezahlt ich erinnere uns nur kurz daran bis zum ersten Bonus bei WAM WAM ist so sympathisch und jetzt zieht er uns einfach nur noch eiskalt ab oder was oh man rettet er uns nochmal mit ja ich glaube der rettet uns ich glaube der rettet uns jede Kugelfisch der ist gut logisch 79 Euro der rettet uns ok gut 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 immer noch sympathisch immer noch sympathisch im Gegenteil 50 Euro plus sehr gut gut ja für 20 Spins haben wir wie viel Krak'n haben wir bekommen 4 Krak'n mit 20 Spins das ist natürlich auch nur ausbaufähig von der Anzahl von den Krak'n her aber nichtsdestotrotz war ok war ok ich würde sagen man diese Schillerine Cut hinterlasst gern ihr wisst was ich meine ein kostenloses Abo ein Daumen nach oben würde mich freuen bis zum nächsten Mal wiedersehen tschau tschau tschau